In der nächsten Runde, Derek, machen wir dann für den Farmboy die Tanzaufgaben mit Fledermaus, Pool und so weiter. Das könnte man jetzt eigentlich in der Aufnahme machen, Melvin. Der würde mal am besten, wenn möglich, Polarpeak, dass wir da so in die Richtung gehen. So, gut. Ja, dann gehen wir da hin. Ja wunderbar. Dankeschön. Kein Problem. Sturmgewehr-Elimination brauche ich noch eins, Lucky Landing oder Retail muss ich noch einmal landen und Loot Lake oder Happy muss ich ... Ich flieg bis Happy Dingsbums, ich muss dort noch Kisten öffnen. Ja, Happy Peter, ich muss noch Kisten öffnen. Aber so wie ich das gehört hab, landen da bestimmt auch gleich wieder welche. Wahrscheinlich. Ja, mit zu dir gehen glaub ich welche. Nö, der Ene fliegt weg. Ja, der dreht ab. Ja, der dreht da vorne hinab. Cool. Dann kann ich die Aufgabe ... Ja, es war Polarpeak, es war Polarpeak. Kann ich die Aufgabe schnell machen. Wunderbar. Und was finde ich Granaten? Ich kann mich super selbst verteidigen. Melvin, du musst mich beschützen. Nein. Sei mein Retter, Melvin. So. Eine Kiste hab ich. Ich, ich brauch noch ein paar. Geil, Holz. Ja. Ich hab ... Ich hab dann im Übrigen Jump Pad. Falls wir's brauchen. Ja, werden wir sicherlich brauchen. Toll, Kisten öffnen. Geil. Wo? Oh. Die sind überall im Dachvorsteck und so. Mhm. Das ist da richtig, richtig mies gemacht. Ich hör wieder eine. Aber hier wurde auch grad Geschossene. Melvin, hier liegt ein Tactical für dich. Mhm. Und wenn du es haben willst. Ja, ich hab die normale Pump. Okay, hier oben sind nochmal Flashies. Oh, Sniper. In blau. Oh. Die Ultimative Sprecher. Ich geh jetzt mal zur AIG rüber. Eins AIG. Naja, ich brauch noch vier Stück. Vier. Aber ich muss das halt alleine aufmachen. Stimmt. Du hast ja die Aufgabe nicht in Gruppenhilfe. Richtig? Genau. Warte, warte. Oh. Oh, ne. Hä? Ich hör die ganze Zeit hier ne Kiste, aber seh keiner. Melvin, ist bei euch da grad einer gelandet? Was, ich hab noch falsch gehört. Ähm, ne. Bei uns ist es jemand gelandet. Ach, hier unten. Hallo, Melvin. Hallo. Ich werd auch einen, aber den nehm ich für den Rückweg. Hm. Äh, hier ist die nächste. Zwei Stück noch, das Gellchen. Bei mir ist einer. Ja. Fast genug. Föhle. Okay. Hier ist jemand in der Luft. Mit Sturmgewehr. Äh. Da ist AFK, glaub ich. Da ist AFK. Da ist AFK. Dann töte ihn. Mach ich. Und der lag. Ach. Mein. Oh, der ist einfach. Er ist tot. Ja, bei mir ist grad einer verpufft. Jep. Ähm. Hier ist noch einer. Wenn ihr Kisten findet, sagt Bescheid. Mann. Hä? Ich brauch halt noch zwei Kisten. Scheiße. Ich weiß nicht, wo der No-Scan hin ist. Ähm. Der No-Scan. Der No-Scan ist der, der gefehlt hat, oder? Ah ne. Hier ist der. Der No-Scan ist der. Einig. Eine Kiste brauch ich noch. Dann bin ich fertig. Ähm. Wo? Wo? Kiste. Zeig dich. Der Zweirevolver. Das ist ein blauer Automat. Haben wir jetzt so einen halben Schaden gemacht. also wie gesagt wenn ihr eine kiste findet lasst mir die mal bitte zum aufmachen ich habe ich habe direkt noch eine höre ich gerade bei mir leckt das gerade ja doch doch aber aufgabe gezählt nee zone kommt was denn ist egal wenn die kleine jetzt hier drin ist das stimmt ja der raketencounter mit raketenkonten die rakete fünf tage ach so ja genau und genau im sonntag und das live event beendet live event beendet das hießen also das live event vorbei ist fahren wir selber down ja ich hoffe ich kann mir das live event anschauen ja ich werde meinen laptop mitnehmen müssen können wir doch zusammen machen welchen in einem stream ja es würde mich halt auch interessieren was hast du schon mal ein live event dabei nö ernsthaft nicht nicht beim roboter und dem monster wenn was ich tatsächlich nicht mit erlebt habe war als der schmetterling da war ja das habe ich nicht mitbekommen weil man fort mit abgeschmiert ist ja ich war gar nicht zu hause alle anderen habe ich miterlebt sogar auf meinem anderen hat jemand die karte von meinem sohnemann eingesammelt haben die karte vom 70 die karte mit mir bestimmt ein kleines ja ich habe ich habe ich habe okay da müssen wir mal n Sulstabad Bus bei泰paifields wäre eins oder bei dro Epic spring 170 könnte zurist hypothel etwa diesen ich bin grad auf der anderen seite vom berg johann du lecker Das hast du wieder ganz geschickt eingefädelt hier. Ja. Au. Ja, als erstes da ist. Aha. Ich muss sowieso aufpassen. Bei mir leckt das gerade dadurch, dass Discord offen ist und das Aufnahmeprogramm. Melvin? Ja? Ich bin auf dem Berg. Ich bin schneller als du. Nee. Du hast ja hier so ein... Schieß mich dahin. Ich hab auch nur noch ein Ding. Ja. Ich hab auch nur noch einen Schuss deshalb. Ich hab noch sechs Schuss. Ich hab gar nicht so ein Ding. Ich hab dafür zwei Snipers. Eine Schnelllade und eine Einzelschussniper. Und wir hoffen, dass hier jetzt jemand ist. Ach Gott, das leckt hart. Naja, Discord gleichzeitig. Discord und Aufnahmeprogramm bei Fortnite ist schon ganz glücklich. Es ist auch so, wenn ich Fortnite mit Aufnahmeprogramm anhab, dann ist schon am Arsch. Dann leckt es schon ab und an mal. Das sind aber dann auch Mikro-Lags. So. Aber hier waren auch schon welche. Natürlich. Ich hab schon mal den Loot-Rapier geholt. Ich hab' mit mir. Das war ich. Achso. Ich dachte grad. Braucht man eine vernünftige Waffe. Äh, was brauchst du denn? Wo bist du denn überhaupt? Nee, er braucht eine vernünftige Waffe. Achso, hier, Derek. Weil er hat jetzt in die Pistole. Ja, der hat eine blaue, äh... Blaue Stoffenberg gekriegt. Ja, der ist ein Gegner. Oh, wow. Scheiße. Scheiße. Dann brauche ich schnell den Loot-Rapier. Drei Mann sind das. Ja, das ist ein ganzes Team. Ja, ich geh da jetzt rein hin. Ich brauche mir nur kurz den Loot-Rapier. Ich bin so hoch, ich bin so hoch. Boah, was ist das für eine Sekte? Ja. Das ist mir hoch. Alter, das war doch so klar. Alter, das war doch so. sehr schön vor die sägliche anrückt ja 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 das ist fatal mal sehen ob ich von der sekte mal welche holen kann ah direkt gesehen alter sehr schön aber trotzdem Bitte hüpf rein, bitte hüpf rein, bitte hüpf in die Falle, auch in der Erziger sein, schade.